Ja, es ist ja immer ganz toll, wenn Kinder dann endlich Schuhe tragen können und ich glaube, die Eltern freuen sich da auch immer ganz besonders. Was mir immer aufgefallen ist, manchmal vertauschen die Kinder die Schuhe. Das heißt, die verwechseln irgendwie links und rechts. Wie kommt das denn? Ja, das ist bei den ganz Kleinen, denn wie alles im Leben, auch das müssen Kinder natürlich lernen. Die könnten zum Beispiel auch, wenn sie einen Pulli anziehen, natürlich nicht gleich sehen, was ist denn vorne, was ist hinten. Und so passiert es auch bei den Schuhen, wenn sie alles selbst machen wollen. Ja, aber das ist natürlich nicht so gut, oder? Nee, das ist tatsächlich vom Laufen her gar nicht gut, wobei wir auch da, denke ich, die Kirche im Dorf lassen sollten. Also, wenn ein Kind ganz stolz ist und sich die Schuhe nun falschrum angezogen hat und läuft ein paar Schritte, dann werden wir damit keinen Fuß verderben. Ganz bestimmt nicht. Immerhin. Spannend ist aber, dass Kinder das selbst in der Regel nicht merken und zwar vom Druckempfinden her nicht. Also, das, was wir merken würden, wenn wir unsere Schuhe falschrum tragen, würden wir nach wenigen Schritten wahrscheinlich vor Schmerzen zumindest mal rufen oder sie sofort ausziehen. Das ist bei Kindern nicht so. Denn in der Regel dauert es wirklich viele Jahre, bis das Nervensystem komplett ausgebildet ist. Also, bis zum Jahr Schule anfangen würde ich jetzt sagen. Tatsächlich, so lange. Bis es genügend Verästelungen gibt, bis die Nervenendungen wirklich bis ganz nach vorne in die Fußspitzen gekommen sind. Und ja, erst wenn das da ist und die Sensibilität wächst, dann können Kinder uns ganz verlässlich sagen, okay, dieser Schuh drückt jetzt wirklich genau an dieser Stelle und vorher geht es häufig noch nicht. Sehr interessant. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Wenn Sie Fragen haben zu Kinderschuhen, zu Kinderfüßen, das ist ja wirklich ein unerschöpfliches Thema. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an oder posten Sie. Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Fragen und wir haben auch auf fast alles eine Antwort, glaube ich, oder, Nette? Wir suchen zumindest nach den richtigen Antworten, genau. Genau. WMS passt natürlich.